Hallo und herzlich willkommen. Diese beiden hier, das waren mal so die Säulen meines Lebens, als ich da noch dran geglaubt habe. Und zwar zum einen ist das eine ganz bekannte Skulptur, der Denker von Pierre Ronin, und den anderen Spruch, den kennt sicherlich jeder von René Descartes, ich denke, also bin ich. Damals war mir aber noch nicht das Zusammenwirken des gesamten Wesens Mensch klar, und weil das ja auch an jeder Ecke so propagiert wird, als wenn das Tatsachen wären, die wir gefälligst zu glauben haben, habe ich das damals auch geglaubt. Obwohl es völlig unlogisch ist, wenn ich mir das wirklich genau ansehe, und auch völlig wieder natürlich. Aber meistens hinterfragen wir ja sowas gar nicht. Heute sehe ich das ganz anders. Nämlich so. Ich denke, also bin ich hier falsch. Von der falschen Ebene meines Daseins, meines Gesamtwesens aus da, in meinem Leben. Irrtümlicherweise. Und obwohl es eben völlig wieder natürlich ist, dieser Prozess, der da immer wieder als Tatsache hingestellt wird, und es auch von der modernen Wissenschaft schon nicht in neuerer Zeit, wenn ich neuerer Zeit meine, dann meine ich einige Jahrzehnte zurück, schon längst bewiesen ist, dass es überhaupt nicht das Denken ist, was irgendeinen grundsätzlichen Einfluss auf unser Leben hat. Und erst recht nicht. Unser konditioniertes Denken kann auch nicht, wie dem Laufe des Videos klar werden wird. Wenn du das nicht weißt, wird dich vielleicht die nächste Information etwas erschrecken. Aber ich habe das ja auch nicht rausgefunden, sondern das sind eben die neuesten Erkenntnisse, wie gesagt, mit neueste, meine ich immer so aus den letzten Jahrzehnten, also die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft. Eben, dass 99,9% aller unserer Probleme im Denken entstehen. Und wenn du das mal einen einzigen Tag lang nur beobachtest bei dir, dann wirst du auch feststellen, dass sich diese ganzen Probleme immer im Kopf abspielen. Und wenn du dann einfach den Moment beobachtest, wirst du feststellen, in dem Moment gibt es dieses Problem für dich nicht. Das spielt sich nur im Denken ab. Ich meine da wirklich nur diesen Moment. Beobachte einfach deinen Atem, lenke die Aufmerksamkeit auf deinen Atem und auf deinen Körper. Und dann wirst du feststellen, in 99,9%, dass das Problem in dem Moment nicht da ist, sondern dass du es nur einbildest, das ist nur ein Film in deinem Kopf ist. Und wenn wir uns dann noch in Erinnerung gerufen, dass eben wir so im Laufe des Tages, das sind so die Annahmen, die gängigen, 60.000 Gedanken denken, konditionierte Gedanken, die sich jeden Tag wiederholen und dass davon weit über 60%, bei manchen, die viele grübeln, über 90%, negative Gedanken sind, wie unsinnig es ist, von vornherein überhaupt zu versuchen, auf dieser Ebene irgendwelche Veränderungen zu bewirken. Denn das hat schließlich schon Einstein erkannt. Diesen Spruch, der jetzt kommt, den kennen auch viele von Einstein. Aber irgendwie scheint er, wenn es um unser Denken geht, keine große Rolle zu spielen. Da meinen wir scheinbar, das gilt nicht, das hätte keine Gültigkeit. Aber gerade in dem Bereich, mit dem wir uns hier befassen, hat das enorme Gültigkeit und Auswirkungen. Nämlich diese Erkenntnis von Einstein, Probleme können nicht auf der selben Ebene gelöst werden, auf der sie entstanden sind. Und wenn 99,9% aller Probleme aus unserem Denken kommen, dann ist es von vornherein unsinnig, da zu versuchen, auf dieser Ebene etwas zu ändern. Aber was machen wir immer wieder völlig unbewusst? Probleme entstehen auf der Ebene des Denkens und wir versuchen, auf der gleichen Ebene auch Lösungen zu bekommen. Und das geht nicht, das kann nicht gehen. Und weil wir uns zu 100% mit unserem konditionierten Denken identifiziert haben, meinen wir, es gäbe da keine anderen Möglichkeiten. Weil uns nicht klar ist, was unser konditioniertes Denken überhaupt ist und wie das entstanden ist. Und wir eben glauben, wir wären unser konditioniertes Denken. Es gäbe da nichts anderes. Das stimmt aber nicht. Unser konditioniertes Denken ist nur ein winziger Bruchteil von uns. Sehen wir uns kurz an, wie unser konditioniertes Denken entsteht. Im Grunde genommen ist unser konditioniertes Denken nichts anderes wie eine völlig willkürliche Ansammlung von Ordnern auf einem USB-Stick. Wenn wir geboren werden, dann wird der USB-Stick angefangen zu füttern. Von den Eltern, vom Umfeld. Da gibt es also Input, wo wir lernen, das dürfen wir, das dürfen wir nicht, so müssen wir sein. Das ist verboten. Also diese ganzen Regeln und diese ganzen Verordnungen, die wir für unser Leben mitbekommen haben, sind auf diesem USB-Stick gespeichert. Quasi eine Sammlung von Ordnern und kleinen Programmen, die wir jedes Mal, wenn wir irgendwo getriggert werden, immer wieder abrufen. Immer wieder die gleichen. Weil da eben gespeichert ist, wie wir sein sollten. Nicht wie wir sind. Das ist nicht unser wahres Wesen. Unser wahres Wesen, das ist das Wesen, was in der Kindheit vor der Programmierung dieses USB-Sticks da war, sich aber nicht frei entfalten durfte, weil es an jeder Ecke gespürt hat, oh, so wie ich bin, darf ich nicht sein, das ist nicht willkommen, dann werde ich nicht angenommen. Und dann fängt das Kind an, das eigene Wesen zu unterdrücken, zurückzustellen und eben nach diesem künstlichen USB-Stick zu leben, nach den Programmen, die darauf sind. Wir können auch sagen, der natürliche erste Kreis der Blume des Lebens wird einfach ausgeklammert und es wird ein künstlicher Kreis der Blume des Lebens mit allen Ordnungen und Bestimmungen, die auf dem USB-Stick gespeichert sind, angefangen zu leben und vergessen im Laufe der Zeit, dass das gar nicht unser natürlicher Kreis ist, dass das gar nicht unser wahres Wesen ist, weil wir aber später so mit dem USB-Stick identifiziert sind, merken wir das in der Regel gar nicht. Machen wir einfach weiter in dieser Analogie, weil das heutzutage eben jeder kennt. Und dann gibt es dann noch einen Faktor und das ist das Laptop mit dem Desktop, mit dem Monitor. Der USB-Stick wird also in das Laptop gesteckt und je nachdem, was auf dem USB-Stick abgespeichert ist, erscheint ein Bild, das subjektive Weltbild des USB-Sticks. Und da kann logischerweise nur immer das erscheinen, was auf dem USB-Stick auch an Informationen und kleinen Programmen abgespeichert ist. Nichts anderes. Und da wir ja quasi ein Leben, ein konditioniertes Leben von innerhalb des USB-Sticks leben und auch bis hierhin nichts anderes kennen, sind wir natürlich davon überzeugt und glauben daran, dass das genau das richtige Weltbild ist. Weil wir kennen ja nichts anderes von innerhalb des USB-Sticks aus. So entstehen Weltsichten und Weltanschauungen und im Grunde genommen streiten sich dann Menschen von innerhalb ihres USB-Sticks, welches Bild denn jetzt auf dem Monitor, wo das bessere wäre. Dabei sind beides nichts anderes wie programmierte USB-Sticks, die auch nichts anderes auf dem Monitor erkennen können. als eben das, was irgendwann mal auf diesem USB-Stick abgespeichert wurde. Und wie das heute immer mehr glücklicherweise geschieht, merken immer mehr Menschen, irgendwas stimmt nicht. Allerdings geschieht dann dieses erste Erwachen, sag ich mal, innerhalb des USB-Sticks. Und wenn ich dann versuche, von innerhalb des USB-Sticks das Bild von meinem Leben auf dem Laptop zu verändern, dann kriege ich natürlich logischerweise Probleme. Weil ein USB-Stick, der in einem Laptop steckt und auf dem bestimmte Programme abgespeichert sind, der kann an dem Bild auf dem Monitor des Laptops überhaupt nichts ändern, weil er immer die gleichen Programme abgerufen werden. Die sind schließlich abgespeichert und der USB-Stick kann von innen heraus diese Programme überhaupt nicht ändern. Ein USB-Stick kann sich schließlich nicht selbst programmieren. Das geht einfach nicht. Hier kannst du dir übrigens auch leicht klar machen, weshalb es so schwierig, um nicht zu sagen unmöglich ist, wenn ich von innerhalb des USB-Sticks irgendwelche Programmänderungen vornehmen will. Das funktioniert dann, solange ich da sehr viel Energie reinstecke, in der Regel mehr oder weniger gut. Aber in dem Moment, wo ich keine Energie mehr reinfließen lasse, funktioniert der USB-Stick einfach wieder nach den alten, einmal abgespeicherten Programmen. Das kennt jeder. Das kann man also bei irgendwelchen Diäten und Abnehmen sehen. Das kann man auch bei Verhaltensänderungen sehen. Das kann man auch sehen, wenn Menschen auf irgendein Wochenende gehen und auf so einen Chakka-Workshop und sind dann Euphorie. Nach zwei Wochen funktioniert der USB-Stick wieder wie eh und je. Dann laufen die alten, einmal programmierten und abgespeicherten Programme wieder völlig automatisch ab. Deshalb ist es zuerst einmal wichtig, dass wir uns an den dritten Faktor in dieser Analogie erinnern, nämlich an unser wahres Wesen. Und das ist nicht das kleine konditionierte Ich innerhalb des USB-Sticks, sondern das wahre Wesen, das ist der Typ, der vor dem Laptop sitzt. Also ist der erste Schritt, wenn ich überhaupt ein anderes Bild auf dem Monitor des Laptops sehen will, dass ich mich erinnere an mein wahres Wesen, dass ich aus dieser konditionierten Enge, aus diesem Bewusstseinskäfig des USB-Sticks wieder herauskomme. Und mit dem Denken geht das niemals. Da kann das überhaupt nicht gehen, weil wir uns, wenn wir im Denken sind, immer innerhalb des USB-Sticks befinden. Und da auf dieser Ebene auch alle Probleme entstehen, ist es also unmöglich, von der gleichen Ebene auch Lösungen zu finden, so wie der Einstein das gesagt hat. Unser Denken ist also die Ebene des USB-Sticks. Und unser wahres Wesen, das ist die Ebene des Typen vor dem Laptop. Denn für den Typen vor dem Laptop, da ist es überhaupt kein Problem, auf dem USB-Stick irgendwelche alten Ordner zu löschen und durch neue zu ersetzen, irgendwelche Veränderungen auf dem USB-Stick vorzunehmen, weil ein USB-Stick ist ja auch ganz hilfreich. Wenn er will, dann kann er auch den USB-Stick ganz wechseln, nimmt den alten ganz raus und setzt einfach einen neuen ein, wo er dann völlig frei entscheidet, was da jetzt abgespeichert ist. Der kann auch, wenn ihm danach ist, das gesamte Betriebssystem komplett ändern. Für den Typen vor dem Laptop aus dieser Position ist das alles ganz einfach. Da sind also Veränderungen kinderleicht, die für den USB-Stick völlig unmöglich sind. Also wir müssen uns zuerst wieder an unser wahres Wesen erinnern. Und das ist eben nicht im Denken, ist eben nicht im Gehirn, sondern auf einer ganz anderen Ebene, die glücklicherweise auch zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens immer wieder ganz leicht erreichbar ist. Und zwar deshalb, weil wir sowieso immer da sind auf dieser Ebene, das nur in der Regel nicht bemerken, weil unsere gesamte Aufmerksamkeit quasi in das Denken in den USB-Stick hinein entführt wurde. Und wir uns da zu 100% mit identifizieren und nicht mit dem Typen vor dem Laptop, der wir in Wirklichkeit sind. Denn das ist unser wahres Wesen. Ich schätze mal, dass hier jetzt auch klar geworden ist, was es für ein Quatsch ist, mit dem was ich hier auf dem Bild angedeutet habe, mit diesem ganzen Gedanken Power. Dann identifizieren wir uns noch mehr mit dem USB-Stick, fokussieren unsere Aufmerksamkeit noch mehr auf den USB-Stick und versuchen dann von innerhalb da irgendwelche Ordner zu ändern oder wie es hier angedeutet ist, irgendwelche Rädchen neu einzustellen, um dann dadurch auf dem Monitor des Laptops ein anderes Bild zu sehen. Das geht einfach nicht von innerhalb des USB-Sticks. Das ist völlig logisch. Wirkliche Veränderung kann nur der Typ vor dem Laptop also unser wahres Wesen vornehmen und von der Position aus ist auch ganz leicht. Wir müssen uns das wirklich ganz 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 klar machen. Weil dann ist es total einleuchtend was es für ein Blödsinn ist, wenn wir uns zu 100% mit unserem Denken identifizieren. Das wird dir jetzt wahrscheinlich sofort klar werden. Hier sind einige Teile, die auch alle zu menschlichem Bewusstsein gehören. Da ist also das Sehen, das Riechen, das Schmecken, das Fühlen, das Hören. Also alles Organe, die zu unserem menschlichen Bewusstsein, zu unserem Gesamtsystem dazugehören. Aber es sind eben Teile, einzelne Organe für verschiedene Funktionen. Ja und ein weiteres Teil, ein weiteres Organ ist eben unser Gehirn. Unser Gehirn und unser Denken. Und das Denken ist schließlich so entstanden, das war ja die Funktion des Gehirns, dass wir uns in grauer Vorzeit als Menschen irgendwelche Problemsituationen ausdenken konnten, damit wir auf dem Weg zum Wasser holen nicht dem Säbelzahntiger in die Arme gelaufen sind. So ist das schließlich entstanden. Das ist schließlich die Funktionsweise des Gehirns gewesen, sich möglichst viele Katastrophen auszudenken, um denen unterwegs, wenn sie die Höhle verlassen haben, aus dem Weg zu gehen. Der kreative, gestalterische Teil, der kam viel später. Und mit diesem Teil von uns, von unserem Bewusstsein, identifizieren zu 100% wo wir sagen, ich bin das, was im USB-Stick abgespeichert ist, würde es auch sagen, ich bin meine Nase oder ich bin mein Ohr oder ich bin mein kleiner Zeh und würde sich da zu 100% mit identifizieren? Ne, auf die Idee kommt natürlich keiner. Warum aber genau mit diesem Teil, nämlich unserem Gehirn, unserem Denken, was auch nur ein Teil des Ganzen ist von unserem gesamten Wesen und zwar ein in einem Bewusstseinskäfig in einem programmierten konditionierten Bewusstseinskäfig eingesperrten Teil unseres Bewusstseins also in den USB-Stick meiner Meinung nach ist die Begründung ganz einfach weil auf allen USB-Sticks die gleichen Grundprogramme laufen und die sind immer Angst besetzt und dann sind natürlich alle USB-Sticks gut zu steuern von denjenigen die wissen dass das nicht das wahre Wesen ist und weil sich eben jeder wirklich jeder kann sich eben mit dem Programm auf dem USB-Stick identifiziert meinen wir das wäre völlig natürlich dabei ist das nur ein künstlicher Bewusstseins Rahmen innerhalb des USB-Sticks und hat mit unserem wahren Wesen also mit dem Typ vor dem Laptop überhaupt nichts zu tun dann musst du völlig vergessen wenn du das einmal weißt dir das wirklich klar geworden ist ganz zu schweigen wenn du das erste Mal die Position wieder vor dem Laptop erfahren hast da kannst du nicht reindenken du musst das erfahren da kannst du nicht irgendwie durch neue Denkkonzepte von innerhalb des USB-Sticks hinkommen das geht nicht das kann ja auch nicht gehen aber wenn du es einmal erfahren hast dann siehst du das an jeder Ecke dass Menschen sich wirklich so verhalten als als einmal ein USB-Stick abgespeichert worden dann siehst du die ähnlichen Basisprogramme und die basieren alle auf der Motivation Angst und es werden einfach immer wieder diese gleichen Basisprogramme angesteuert egal ob es im Verkauf ist oder ob es bei irgendwelchen Wahlen sind oder wenn es darum geht Menschen zu beeinflussen es werden einfach immer wieder die gleichen Basisprogramme angesprochen und die Menschen reagieren dann eben auf der Basis der Programme die einmal abgespeichert wurden das kann man an jeder Ecke sehen das ist im Verkauf so das ist bei irgendwelchen Parteien so das ist wenn es um irgendwelche Meinungsbildung geht das ist immer das gleiche und solange wie jemand sich in der Position innerhalb des USB-Sticks befindet ändert er daran gar nichts kann er ja nicht wie soll das gehen also die Position des Denkens des USB-Sticks ist unser Kopf was ist dann die Position unseres wahren Wesens wo wohnt das denn des Typen vor dem Desktop der völlig frei entscheiden kann in unserer Analogie Liebe der Sitz unseres wahren Wesens ist nicht der Kopf sondern ist unser Herz unser spirituelles Herz unser wahres Wesen das ist die Ebene unseres spirituellen Herzens nicht unser Denken das sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen also die Ebene von wo aus sich unser gesamtes Leben entfaltet das ist die spirituelle Ebene unseres Herzens und nicht die Ebene unseres Denkens an diesem kleinen Beispiel hier an dieser Analogie zur Natur da kannst dir sofort klar machen wie unsinnig das ist mit dem Kopf überhaupt irgendetwas zu verändern in der Natur ist es ja auch so wie bei dem Baum hier dass eben die Entfaltung das Wachstum aus den Wurzeln kommt letztendlich aus dem Samen des Baumes in dem schon die gesamte Matrix des endgültigen Baumes enthalten ist sehen was aber vereinfacht in dem Beispiel hier ist also der Stamm und die Wurzeln dem spirituellen Herzen entsprechend ich sag mal die Krone mit den ganzen Ästen und den ganzen Blättern entspricht dem Denken dem Gehirn nimm einfach mal für einen Moment an ein Baum wäre genauso bewusst wie wir obwohl ich schon glaube dass Bäume lebende Wesen sind aber nehmen wir einfach mal an das wäre genauso wie bei uns und ein Baum würde dann laufend in seinem Gehirn also in der Krone sein mit seiner gesamten Aufmerksamkeit sich 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 darüber identifizieren und vor allen Dingen würde er versuchen dann jedes einzelne Blatt jeden kleinen Zweig immer unter Kontrolle zu haben wie der wächst warum der so wächst wie der sein muss das ging überhaupt nicht deshalb kommt natürlich im Baum nicht auf so eine blödsinnige Idee weil er eben weiß dass alles schon in dem Samen angelegt war aber genau das ist die Situation die wir laufen probieren wenn wir in unserem Denken sind wenn jedes einzelne Blatt jeder kleine Zweig jede kleine Veränderung in der Krone einem Gedanken entsprechen würde dann würden wir versuchen als Baum über jedes einzelne Blatt genau Bescheid zu wissen und genau zu wissen wie das wachsen muss und würden uns vor das Blatt setzen oh ist das falsch ist das richtig ist das gut ist das schlecht oder wie sollte das sein so ein Baum der würde niemals wachsen und wenn wir dann auf einmal in der Krone ein einziges Blatt entdecken würden was von mir auch schlecht ist dann wäre für uns sofort der ganze Baum schlecht wir würden sofort den ganzen Baum infrage stellen auf so einen blödsinnigen Prozess kommt natürlich in der Natur weder ein Baum noch ein Johannisbeerstrauch ein Stachelbeerstrauch aber auch keine Blume keine Pflanze weil in der Natur eben jeder Baum weiß in Anführungsstrichen dass alles schon in seinem Samen als Matrix enthalten ist dass er sich um dieses Wachstum nicht zu kümmern braucht um jedes einzelne Blatt und jeden einzelnen Zweig in der Krone sondern sich nur auf seine Wurzeln und auf seinen Stamm fokussieren muss mit seiner Aufmerksamkeit und seiner Lebensenergie weil der Saft der fließt schon von alleine in die Blätter und in die Zweige woher kommt das also weil wir schließlich Teil der Natur sind dass das bei uns anders ist das hat einen ganz klaren Grund der wird dir sofort einleuchten woher das kommt dann wird dir vieles klar werden auch spirituelle Gesetze dass die ganz praktisch sind die universellen Gesetze du kennst ja das universelle Gesetz wie innen so außen oder vom jahr auch diesen Prozess dass alles vom unsichtbaren in das sichtbare erwächst so wie beim Baum eben alles aus der unsichtbaren Matrix im Samen zu einer riesigen Eiche erwachsen kann und solange wie sich da niemand einmischt funktionieren diese Prozesse auch nach dem schöpferischen Plan dann geschieht die Entfaltung von ganz alleine wie bei einem Baum eben entsprechend der geistigen Matrix die schon im Samen der Eiche enthalten ist wächst sie dann eben immer mehr und entfaltet sich immer mehr vom Unsichtbaren ins Sichtbare das kennt jeder das ganz in Natur sehen oder hast du schon mal irgendeine Eiche gesehen die irgendeinen Workshop besucht hat oder irgendein Buch gelesen hat um zu erfahren was er tun muss um Eiche zu sein natürlich nicht dieser schöpferische Plan also wie es mal geplant war von der Schöpfung von der Natur aus der ist auch in Menschen angelegt schon bei der Zeugung ist also diese geistige Matrix für den Menschen für den einzelnen Menschen wie beim Samen eines Baumes komplett enthalten da ist alles enthalten für die Entfaltung für den gesamten Menschen für das gesamte Leben so wie bei einer Eiche oder jedem anderen Baum jeder anderen Pflanze ich habe hier stark vereinfacht einfach mal so den Zeitstrahl aufgezeichnet also wer anfängt mit unserer Zeugung und dann eben später in unserem Leben endet und sich fortsetzt sagen wir dieser Punkt wo wirklich bei der Befruchtung der weiblichen Eizelle Leben entsteht den haben Wissenschaftler bis heute bis heute noch nicht genau lokalisieren können weil er so klein ist so winzig dieser Moment wo Leben entsteht und dennoch alles darin enthalten ist der so kurz den können sie mit den heutigen Geräten nicht messen werden sie wahrscheinlich auch nicht es wird ja schon lange genug versucht viele viele Jahre genau diesen Zeitpunkt zu lokalisieren aber wie gesagt der ist winzig klein und dennoch ist in diesem unendlich kleinen Moment die gesamte geistige Matrix für den gesamten Menschen der sich da entfaltet und heranwächst und für sein gesamtes Leben enthalten natürlich ist das alles hier total vereinfacht dargestellt es geht ja nur darum sich das wirklich klar zu machen damit einem klar wird woher das kommt dass wir im USB-Stick landen das obere das grüne ist also der Prozess wie es eigentlich von der Schöpfung geplant ist das also schon bei der Zeugung in dieser geistigen Matrix alles enthalten ist und dann wächst der kleine Hosenmatz innerhalb des Mutterleibes heran und dann entspricht die geistige Matrix den Qualitäten der Fruchtblase also ich gehe mal davon aus es ist eine ganz harmonische natürliche Zeugung und auch eine ganz harmonische natürliche Schwangerschaft dann kannst du dir das so vorstellen sagen wir dass auf der Fruchtblase so wie im kreativen Quantenbewusstsein ein Etikett mit den Qualitäten ist für den kleinen Hosenmatz innerhalb der Fruchtblase gilt wo eben drauf steht ich bin in Sicherheit ich bin willkommen und ich bin geliebt ich bin geborgen ich bin verbunden da stimmt das ja noch über die Nabelschnur ich bin genährt und zwar in jedem Moment nur wenn die Absicht dahin geht ich darf mich entfalten ich bin unterstützt nämlich durch den gesamten Organismus der Mutter ich darf wachsen das Wachstum wird gefördert und ist gewollt also das sind alles die Qualitäten der geistigen Matrix in der sich auch der kleine Hosenmatz oder der Fötus aber ich sage das Wort Fötus nicht so gerne also in dieser geistigen Matrix innerhalb der Fruchtblase befindet sich dieser kleine Hosenmatz und wächst da heran entfaltet sich ganz natürlich ist im Grunde genommen nichts anderes vom Prozess her wie bei einem kleinen Baum und bei unserem kleinen Hosenmatz im Mutterleib ist das erste was wahrnehmbar ist das Herz obwohl das organische Herz noch gar nicht ausgebildet ist können sie mysteriöser Weise den Herzschlag hören woher das kommt wissen heute auch noch nicht das sagen wir und das Zentrum des kleinen Hosenmatzes ist auch da schon in dieser Existenzform ist eine ganz andere Existenzform wie nach der Geburt das Herz das ist das Zentrum nicht das Gehirn und nach dem schöpferischen Plan würde dann irgendwann die Geburt einsetzen der kleine Hosenmatz würde in der neuen Existenz also hier in unserem Leben landen das was wir als unser Leben unsere Welt empfinden und dann ist es von der Schöpfung her so geplant dass da ein langsamer Übergang ist ein langsamer und möglichst behüteter Übergang dass also die Nabelschnur entsprechend lang verbunden ist weil das ist schließlich die Verbindung zum Leben für den kleinen Hosenmatz das ja auch sofort aufgefangen wird sofort bei der Mutter ist und bei der Mutter bleibt am besten gedämpftes Licht weil schließlich kommt er so aus einem gedämpften Licht heraus kurzum der schöpferische Plan sieht aus einem ganz bestimmten Grund vor alles das was es bei uns bei einer Geburt nicht gibt denn da sieht es ganz anders aus da wird der kleine Hosenmatz in totale Todesangst versetzt da wird sofort der kommt raus am besten noch über den Kaiserschnitt aber auch bei einer normalen Geburt was heißt normal genormte Geburt nicht natürliche Geburt der kommt in diese Welt der ist noch gar nicht da dann ist die Nabelschnur schon entfernt dann ist er schon im grellen Licht dann ist er schon von der Mutter getrennt also das ist Todesangst pur das ist so als würdest du ein Flugzeugabsturz erleben und er würde vier Wochen dauern der schöpferische Plan sieht eben wie oberhalb der Zeitlinie aus dass sich eben auch da durch diesen sanften Übergang und durch das angenommen und aufgefangen sein sich eine mentale Matrix um den kleinen Hosenmatz bilden kann die genau der Matrix entspricht die er in der Fruchtblase erfahren hat also quasi um das mit den Worten vom kreativen Quantenbewusstsein zu sagen das gleiche Etikett drauf klebt ich bin in Sicherheit ich bin geborgen ich bin willkommen und ich bin geliebt ich bin verbunden dann aber eben über die Nähe zur Mutter die Nähe zur Mutter und die liebevolle schützende Annahme des Umfeldes und sich dann als kleine Kind aus dieser sich ständig verstärkenden geistigen Matrix heraus entfalten und wachsen kann also so wie Mutterleib auch denn so funktioniert denn so funktioniert die Natur durch Selbstähnlichkeit eine kleine Eiche ist von der geistigen Matrix her nichts anderes wie viele Jahre später der riesige von mir aus 300 Jahre alte Baum so ist dieser schöpferische Plan eben auch für uns Menschen geplant dieser harmonische schöpferische Plan wird aber durch den Vorgang der Geburt brachial durchkreuzt und es bildet sich für jedes kleine Kind eine ganz andere geistige Matrix als Basis für das gesamte Leben als die die eigentlich von der Schöpfung geplant ist da klebt also ein ganz anderes Etikett drauf nämlich mein Leben ist pausenlos in Gefahr ich bin permanent bedroht und das gilt dann als Same für das gesamte Leben und nicht die Bewusstseinsmatrix die geistige Matrix die eigentlich von der Schöpfung geplant ist dann versucht das kleine Kind noch in den ersten Jahren sich dennoch frei zu entfalten also nach seinem natürlichen Lebenskreis weil du kannst natürlich auch sagen dass der obere grüne Kreis ist der natürliche Kreis der erste Kreis der Blume des Lebens wo sich das gesamte Leben dieses Menschen heraus entfaltet ein kleines Kind versucht das dann auch noch und da wären natürlich so tolle wissenschaftliche Begriffe so als wenn es wieder natürlich wäre für geprägt kennt jeder weil da so die Phase wo ein kleines Kind das zum letzten Mal probiert bevor es ganz aufgibt das ist die sogenannte Trotzphase wo es nochmal versucht sich wirklich zu entfalten und dann aufgibt und dann anfängt den künstlichen Lebenskreis zu leben und das wahre Wesen total vergessen wird und der künstliche Lebenskreis das sind die Programme innerhalb des USB-Sticks mit dem wir uns dann später zu 100% identifizieren und unser wahres Wesen total vergessen haben weil es ja in der ganz frühen Kindheit gefährlich war für das kleine Kind das muss ja schließlich geliebt und angenommen werden das ist ja genauso existenziell wichtig wie Essen und Schlafen und deshalb wird dieses wahre Wesen immer mehr in den Hintergrund gedrückt so als gäbe es das gar nicht und es gäbe nur diesen künstlich konditionierten Lebenskreis sprich den Inhalt des USB-Sticks mit dem es sich dann immer mehr und immer mehr identifiziert an diesem Prozess liegt es übrigens auch dass wir uns dann später so schwer tun wirklich authentisch zu sein nach unserem wahren Wesen denn unser wahres Selbst wenn sich das in der Kindheit gezeigt hat oder entfalten wollte das wurde immer mit Ablehnung bestraft so wie du bist sollst du nicht sein du sollst gefällig so sein daher kommt das dass es uns nachher so schwer fällt unser wahres Gesicht zu zeigen das merken wir auch in der Sprache wenn wir auf die Sprache achten dann können wir das an vielen Stellen sehen wirklich authentisch zu sein bereitet vielen Menschen dann erstmal Angst Angst vor Ablehnung ich kann nicht einfach so sein dann wäre ich abgelehnt das kennen ganz viele die auf einmal angefangen sind wirklich wieder ihr wahres Selbst zu leben aber unser wahres Selbst ist natürlich niemals ganz weg gewesen sondern hat sich immer wieder gemeldet zwar als leises Stimmchen du brauchst dich nur zu erinnern dass du nicht der programmierte, konditionierte USB-Stick bist sondern der Typ vor dem Laptop aber wie gesagt da kommst du nicht über das Denken hin mit meinem kreativen Quantenbewusstsein ist es aber ganz leicht mit diesem Prozess das wahre Wesen sofort wieder zu erfahren zu fühlen zu spüren diesen inneren Zustand das geht ganz leicht das kann ja nicht weg sein das soll es auch geblieben sein ich muss das einfach nur wieder einmal erfahren mich dann immer wieder daran erinnern damit sich meine wahre innere Position für mein Leben auch immer mehr wieder stabilisieren kann in meinem Leben in meinem Alltag ich dann immer mehr und immer öfter auch wirklich wieder von da aus da bin weil das mein Dasein ist ich so wie bei diesem schönen Baum auch wirklich wieder mit meiner Aufmerksamkeit bei den Wurzeln und beim Stamm bin und ich pausenlos da oben in der Krone rumturne und meine ich muss mich um jedes einzelne Blatt um jeden einzelnen Zweig kümmern das ist ein völlig sinnloses Unterfangen und kostet enorm viel Lebensenergie vielleicht ist jetzt klar geworden warum unser Gehirn ungefähr 70% unserer gesamten Lebensenergie verbraucht jeden Tag und wenn wir grübeln und uns Sorgen machen noch viel viel mehr deshalb verhält es sich am Baum wahrscheinlich nicht so weil der weiß in Anführungsstrichen ich brauche meine Aufmerksamkeit um meine Lebensenergie nur auf die Wurzeln und auf den Stamm fokussieren und von da aus entfalte und wachse ich dann von ganz alleine entsprechend der geistigen Matrix in meinem Samen ein Kirschbaum wird eben ein toller Kirschbaum ein Same eine Eiche entfaltet sich zu einer riesigen Eiche und der Same von einem Kastanienbaum entfaltet sich eben zu einem riesigen Kastanienbaum immer entsprechend der geistigen im Samen angelegten Matrix um die einzelnen Blätter in der Krone da brauchen die sich nicht zu kümmern dir wünsche ich jetzt dass du so nach und nach dein Leben aus dem USB-Stick aufgibst und dich endlich wieder an die Position begibst wo du auch hingehörst weil du das bist nämlich in die Position des Typen vor dem Laptop dabei wünsche ich dir viel Erfolg und bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute